Ich finde es ganz, ganz klasse, dass das mit bei uns gekommen ist. Spirit, das englische Wort Spirit, was ja so viel ausdrückt von Idee, von Geist, von Energie, von Intuition, von Kreativität. Das ist eigentlich doch genau das, was wir als heiliger Geist bezeichnen. Kommen Sie mal beide hierher. Ja, bitte. Könnt euch nicht einrichten. Also, dass man das jetzt schön findet oder gut findet, das bleibt ja jedem überlassen, aber dass es überhaupt stattfindet in der Art und Weise, auch mit diesen Zirkeln, also, dass man einfach die Stationen hat, dass man die Stadt erfährt, indem man da durchläuft und an jeden einzelnen Plätzen Geschichten hört von den Leuten, die diese Kunst gemacht haben, aber auch von den Gebäuden, in denen es stattfindet, von Menschen, die da gelebt haben, diese Juden, dann wieder die Nora einbezieht, die dann das Auschwitz-Gedicht liest. Also, ich finde es einfach fantastisch so. Und es war ein seltsamer Name. Also, die Verbindung moderne Kunst in deiner historischen Stadt, die bietet sich aus unserer Sicht an. Das ist kein Gegensatz, im ganzem Gegenteil, ein idealer Raum, um zeitgenössische Aussagen zu tragen. Das ist ein Originalfoto von Hoffmann, das haben wir im Spiegel gefunden. Es hieß Hitlers Admirers, also Hitlers Verehrerinnen. Und war eines der Bilder, die einfach das Kalisma, diese Kalisma und Ausstrahlung von Hitler zeigen sollen. Das zusammen mit Lucias Arbeit, die sich ja für ihre Tulpenarbeiten bezieht, inhaltlich auf den ersten Börsencrash, den wir hatten im 17. Jahrhundert in Holland, als die Niederländer nämlich wahnsinnig anfingen, auf Tulpenzwiebeln zu wetten. So, das ist der Zusammenhang. Also einmal im Tresorraum einer alten Bank, die Frage nach der Moral des Geldes, die Frage nach der Verantwortung für das Geld. Alexander Ochs ist Badmerger, aber er ist auch Mitglied des Badmerger Kunstvereins. Und als er dann kam, waren wir natürlich in dieser Tradition her, oder von dieser Tradition her, total begeistert, dass wir da mithelfen können. Wir hätten das alleine, weder finanziell, noch organisatorisch, noch sonst wie handeln können. Ja, das ist einfach sozusagen die Begeisterung unsererseits, die wir hoffentlich ein bisschen übertragen können auf die Bamberger Bevölkerung insgesamt. Und ich denke, ja, das ist für uns als Kunstverein eine Ehre, aber eben auch ein Vergnügen, mit ihm das zusammen machen zu können. Und wenn wir, wenn wir uns wieder anfingen können, wenn wir uns wieder anfangen können, dann zusammen mit ihm das zusammenbauen und dann mit ihm das zusammenkennen können. Vielen Dank.